Also vier Stück, vier Leder auf einmal hoch. Ich bin jetzt hier in der Stabnauer, in Walderstadt, Storchenturm und so weiter. Ja, jedenfalls nach dem zweiten Schlaganfall konnte ich nicht mehr richtig sprechen. Es wurde gesagt, ich habe zuerst Englisch gesprochen, wo ich wieder zu mir kam nach ein paar Tagen. Reaktion war weg, Gedächtnis war weg, ich wusste gar nicht, wo ich bin. Wortschatz war weg und dann habe ich Englisch angeblich gesprochen. Und dann ging es noch weiter bergauf, nach ein paar Tagen wusste ich dann wieder, wo ich bin. Die Reaktion wurde besser, 0,3 ist hervorragend für mein Alter, 64 und vieles mehr. Na, ich bin dankbar, dass ich hier sitzen darf und lockere Sprüche machen darf. Und ich gehe tatsächlich zu zwei Veranstaltungen von meinem ehemaligen Arbeitgeber hin und da kann ich immer eine Story erzählen. Ich habe früher bei Weihnachtsfeiern sehr viele Storys erzählt und habe musiziert, Sketche und vieles mehr. Und dann wurde ich einmal bei der Ehrung nicht berücksichtigt, dann bin ich nicht mehr hingegangen. Hat keiner kapiert. Aber wenn einer von 100 nicht geerbt wird, für 25 Jahre im öffentlichen Dienst war, das vor zehn Jahren etwa, dann ist es länger her, dann ist es so, dass man seine persönliche Reaktion darauf zeigen kann. Bei sowas war ich sehr konsequent und nachtragend.